Ich bin Lydia und weil das Leben endlich ist, reiße ich auch immer mit einem Tod, während ich den Menschen in Deutschland erkläre, warum Menschen schwere Verbrechen begehen. Aber ich bin andererseits privat, besonders in meiner Jugend, ein Fan von Horrorfilmen gewesen, den klassischen Horrorfilmen. Und von daher wünsche ich allen Teilnehmern dieser wunderschönen Horrornacht hier im Delphi ganz viel Vergnügen und eine schöne Zeit. Und ich bin ein Delphiner und der tut auch.